Und ich denke da an einen, der wirklich extreme Kondition hat. Und zwar, der hat es als einziger Mensch, als erster Mensch geschafft. Stellt euch vor. Ja, grüß euch. Ich bin gerade auf dem Weg zum Zwieselbacher Rosskogel. Wir sind da jetzt fast schon 1400 Höhenmeter raufgestiegen. Eine Skitour. Schaut mal, wie es faszinierend da ist, diese Berglandschaft. Und wir gehen ungefähr über 3000 Meter auf den Rosskogel rauf. Und da braucht es schon ein bisschen eine Kondition, dass man es da rauf schafft. Und ich denke da an einen, der wirklich extreme Kondition hat. Und zwar, der hat es als einziger Mensch, als erster Mensch geschafft. Stellt euch vor, der ist aus dem Grab, selber aus dem Grab aufgestanden, herausgestiegen und in den himmlischen Bereich hineingestiegen. Es ist Jesus, den wir feiern zum Monsterfest. Er ist der Auferstandene. Und das schafft kein Mensch sonst, nämlich so herauszusteigen aus dem Grab, selber herauszusteigen. Und ich wünsche uns allen, dass wir an dieser Kraft von Jesus, an dieser extremen Kondition teilhaben. Denn er schenkt es denen, die glauben. Und deshalb sage ich, Jesus, ich glaube an dich. Du bist die Auferstehung, du bist das Leben. Mit dir bin ich schon hinaufgestiegen in den himmlischen Bereich. Und mit dir werde ich einmal auch aus dem Grab steigen. Und so wünsche ich euch volles Osterfest. Und ich zeige euch noch ein bisschen von dieser herrlichen Landschaft da, wenn ihr da zurückschaut. Und da geht es dann rauf auf den Zwieselnbacher Rosskogel. Ihr seht schon da oben das Gipfelkreuz und fährt euch eine schöne Zeit vor Ostern. Und da geht es dann rauf auf den Zwieselnbacher Rosskogel.